Hallo liebe Freunde, ich bin gerade im Balken im Rad unterwegs und habe hier einen Fäustalamander, hier ist ein zweiter und wenn wir hier weiter gehen, ist hier ein dritter. Hier ist momentan alles voll. Die Fäustalamanders suchen zur Zeit Unterschlüpfe, das sagt Orte zum Überwintern. Da es momentan regnet und nicht ganz zu kalt ist, gefällt das den Fäustalamandern ziemlich gut. Ich bin gerade weiter gefahren und hier ist der Fäustalamander Nummer 4. Die haben alle eine andere Färbung. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter.